Weiter geht's in den Reverse-Turnieren hier. Meine. Da haben wir noch ein paar vor uns. Ich würde mal hier weitermachen. Beim King's Title Cup. Mal sehen, wer uns heute so begegnet. Da haben wir ja alles durch. Ich suche immer noch Yami-Yugi. Herr Pharao, wo sind sie? Hier ist er natürlich nicht dabei. Der kommt immer extra, wenn ich das so richtig hab. Gegen Rex haben wir auch noch nicht gespielt, glaube ich. Rex wäre neu, der Clown wäre neu, Salomon wäre neu. Den Typ mit der Brille hatten wir schon. Der eine da, den hatten wir auch noch nicht in der zweiten Reihe oder in der Mitte. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Pegasus. Doch, gegen Pegasus habe ich, glaube ich, auch schon mal gespielt. Den mit der Maske kenne ich wieder nicht. Weevil hatten wir. Und MrLucky7 da drüben. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gespielt. Schauen wir mal. Auf wen treffen wir zuerst? Ah, da gewinnt Marco. Verdammt. Salomon, mach mir da keine Schande da drüben. Ah, ein neues Gesicht. The Puppeteer. Ein Bewunderer von Seto Kaiba benutzt einen Würfelpool wie sein Idol. Er ist aber viel schwächer als Kaiba, aber nicht zu unterschätzen. Der sagt mir jetzt so gar nichts. Ich überlege gerade, wo der genau herkommt. Welchen Trumpf du auch hältst, ich werde dir stets einen Schritt voraus sein. Hier endet die Reise für dich. Ich bin 52 Duelle ungeschlagen. Das werden wir noch sehen. Interessante Hindernisse. Ach, Dragon. Baby, lass mich doch nicht im Stich. Die Hindernisse stehen interessant. Ja, der ist aus Yu-Gi-Oh! Zero. Das ist aber so lange her. Vielleicht sollte ich doch Zero mal gucken auch. Wie baue ich ihn am besten? Ja. Ich schaue, dass ich mir auf der rechten Seite möglichst viel Raum sicher. Und mache als erstes nach links zu. Womit würfelt er? Level 2. Eine Kiste. Okay. Das kann alles mögliche sein. Hm. Also jetzt lasst er mich aber ganz schön im Stich. Das geht normalerweise flotter. Und der bringt natürlich wieder ein Zweier aufs Feld. Aber er baut, ähm... Nicht so stark raus. Das gibt mir durchaus eine Chance. Ja, also geht doch. So. Also darüber kann ich zumachen dann. Oh je. Ähm... Ja, das hoffe ich auch, Pitchee. Meinst du, dass es so gruselig wird? Ah, der hat einen Pferdemann. Für meinen Pferdemann ist es noch zu früh. Ich meine, es ist noch etwas zu früh. Ich muss erst mal... Äh... Fläche bauen. Ja. Allerdings bedroht er mich hier drüben auch schon ein bisschen. Ja, ich kann aber notfalls noch zumachen. Ich mache eine Seite safe zu. So. Mit dem Pferdemann kommt er schon ein bisschen da drüben runter. Okay, und er macht jetzt da drüben zu. Das kann er gerne tun. Das juckt mich wenig. Ein paar Angriffswappen habe ich. Ich brauche den Pferdemann dann eigentlich nicht mehr unbedingt. Aber den... Biber brauche ich noch. Kuribu oder Pferdemann? Bitte. Dankeschön. Wie kann ich dir das da drüben jetzt vermiesen? Ich will eigentlich auch selber noch ein Stück weiter hoch, ne? Aber ich will auch nicht, dass er da... Ich kann aber auch seinen Weg dann nutzen, ne? Wie kann er bauen und wie kann ich dann zumachen? Ich glaube, das ist die beste... Beste Lösung. Ich darf ihn da drüben nicht durchlassen. Ikai soll so wie Madison Layers of Fear oder Visage sein. Dann ist es wahrscheinlich ein sehr gut spannendes Spiel. Zu blöd, dass ich wegen dem Auftrag ein bisschen verpasse. Okay, er hat kein Interesse daran, meine Blockade da drüben zu umgehen. Und dann, ne? Hol ich mal meinen Pferdemann raus? So. Und mach da drüben zu. Also. Also da kommt er schon mal nicht mehr weiter. Und ich hab für den Notfall... noch Platz. Der Pferdemann muss jetzt halt von da ziemlich weit laufen. Okay. Oh, er schließt an. Okay. So, kommt Wächter. Ja, aber zumachen ist für mir wichtiger, als... näher ranzubauen. Weil sonst kann man es sehr schnell in den Hinterbeißen. Ging jetzt zu mir hat er Verteidigungswappen, was halt nicht so gut ist, ne? Ich könnte aber mich leicht auch noch näher ranbauen. Muss ich schon mal überlegen. Hallo? Ich wollte eigentlich dich nicht... Ich dachte, ich hätte es aufgehoben. Ups. Ja, okay. Ja. Passt erstmal alle Einstellungen an, in der Zeit, wo ich noch nicht einschalten kann. Das ist eine gute Idee. Wappenmäßig sieht es gut aus bei mir. Aber ich hab leider halt immer noch keinen. Nicht genug. Keine Verteidigungswappen. Deswegen will ich eigentlich meinen Pferdemann nicht unbedingt... Naja. Okay, er überlegt sich nicht zu dürfen. Das nehm ich. Dann würde ich die nächste Runde wegräumen. Weil er hat noch zwei weitere Wappen. Er hat sich nur dafür entschieden, nicht zu dürfen. Dixper Drops schaue ich, dass ich die... Auch dann... Ich glaube, ich richte die am Montag nach dem... Nach dem Rerun richte ich die schnell ein. Naja, ich hab nicht genug. Jetzt macht er meinen Pferdemann tot. Hat aber dafür einen Angriffswappen ver... Ah, so viel für der Flocken ist... Der kommt wirklich nicht dran vorbei. Wait, what? Hattest du? Hast du keine Angriffswappen mehr? Warum hat er nicht angegriffen? Äh? KI, was planst du? Was hat er vor? Apropos Dixper... Äh, ich muss klar die Seinen noch gut schreiben. Den er gewonnen hat. Am Oktoberfreitag. Ja, gibt mir jede Menge Bewegungswappen. Aber es reicht noch nicht, um da hinten ranzukommen. Und den angreifen kann ich nicht. Weil... Der Pferdemann keine Flieger angreifen kann. Ein paar Wappen noch. Ein paar Bewegungswappen noch. Oh ja. Das reicht aber, glaube ich, immer noch nicht. Das sind neun... Einer fehlt mir noch. Einer! Einer! Da kann ich mit dem Pferdemann angreifen. Oh ja, verschwende deine für den Flieger. Aha, dann kann mein Pferdemann nämlich in alle Ruder hochdackeln. Und du kannst dich nicht wehren. Weil du keine Bewegungswappen hast, um... ...jemanden zum Angriff hochzuschicken. Tja, selber schuld. Und ich habe noch genug, um meine Defensive aufzubauen. Falls er überlegen sollte, mit dem Sumpfkampf vielleicht da durchzurauschen. Aber mit so wenig Bewegungswappen kommt er, glaube ich, nicht vom Fleck. Ja. Ich habe ihn. Er sitzt in der Falle. Also, Kailber spielt bestimmt um einiges besser. Als der da. Hallo, Babageinrache. Aber du kommst nicht nah genug ran. Du brauchst sechs Bewegungswappen dafür. Um meinen Pferdemann da abzuhalten. Und genug Schaden. Nope, der Sieg ist meiner. So. Haunterfunkst. Kampfstier. Oh ja. Wo habe ich denn meinen Zettel schon wieder hingeschmissen? Ich habe mir doch meinen Pool abgeschrieben, den ich wieder aufbauen wollte. Oh, nicht Panic, den kenne ich schon. Dich kenne ich auch schon. Ich will vor allem die neuen Gesichter haben. Ja, der Junge mit dem furchterregenden Insekten her. Ich bin mir sicher, wir haben gegen den schon gespielt. Vor allem der Angriff seiner Riesenmotte verbreitet Angst und Schrecken. Wenn meine Insektenarmee erst einmal durchbarschiert ist, können Monster nicht mehr überleben. Das werden wir sehen. Der hat versucht, mich mit dem Kokon das letzte Mal zu blockieren. Was nicht so ganz für ihn geklappt hat. Ja, einen Gegner haben wir schon mal vom Spielfeld gewürfelt. Ich gehe hier vorsichtshalber auf die andere Methode. Der hatte, glaube ich, einige kleine Würfel, mit denen der mich schnell wegbauen konnte. Ja, versuch es mit einem Level 2. Okay. Oh, den Biber will ich ja eigentlich noch... Aber ich muss weiterbauen. Ich muss hoch an ihn ran. Den Biber will ich wegen der Wappen noch ein bisschen rennen lassen. Und natürlich ist es der Kokon. Oh, und natürlich kommt er direkt vor den Dilebustern. 40 Verteidigungspunkte. Wenn der zu viele... Ups, nein, nicht du. Wenn der zu viele Verteidigungswappen hat, habe ich ein Problem. Er hat aber noch keinen einzigen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich habe aber auch nicht genug Bewegungswappen, um da hochzukommen. Das ist es. Ich baue ihn erst mal ein, wie ich das immer mache. Er hat kein einziges Verteidigungswappen. Noch. Da setze ich gleich einander. Da kommen die Muttenläufe. Was baust du denn für einen schönen Schlangenweg da? Aber danke, dass du anschließt. Dann muss ich das nicht tun. Dann geht jetzt die Wappensammelei los. Da oben rechts, da passt nicht wirklich viel hin. Ah, du darfst die Dinger da nicht berühren mit deinem Weg. Deshalb kann er da... Ne, da kann er keinen weiteren mehr hinsetzen. Also die Fläche ist geblockt. Er hat nur noch das bisschen Platz da, um irgendwas zu machen. Ja, er ist, glaube ich, auch so gut wie weggewürfelt. Meine Güte. Der nimmt eine Menge Angriffswappen mit. Ach, grum. Da war einer mit drei Wappen. Und an dem haben wir vorbeigerollt. Warum würfelst du mit gemischten Leveln? Was hattest du vor? Ja, das ist doch besser. Pferdemann. Er greift an. Und du kannst dich nicht wehren. Ohne Verteidigungsmappen. Mhahaha. Ah, ganz knapp am Verteidigungsmappen vorbei. Ganz knapp. Ah, damit komme ich nie so weit. Ich warte mal noch ab, falls er noch was hinbaut. Noch ein Kokon. Ah, schade. Ich dachte, er tut mir den Gefallen. Dass ich nicht die Kurve da latschen muss. Na gut. Dann muss ich sie doch latschen. Ja gut. Dann räumen wir den weg. Dann gibt das Dach schon mal keine Probleme mit. Der sammelt hier die Angriffswappen. Was will der Kokoda bitte? Der hat nur noch 10 Punkte. Der nimmt nur ein Herz weg. Eine Dimensionierung hat er noch Platz. Und es ist die Larve. Ja, damit hat er verschossen. Mit der kommt er nicht mehr voran. Kannst du nicht hinsetzen. Mit dem Menschenfresser Käfer. Der hat sich den Weg selber verbaut da gerade. So, weg da. Deswegen benutze ich Flieger zum Deffen. Weil ohne Verteidigungswappen ist so einer natürlich ganz schnell ausgeschaltet. Eine Flieger kannst du halt eben nur mit anderen Fliegern oder eben den Fliegerangreifern angreifen. Das bietet, finde ich, mehr Schutz als einer mit einem hohen Verteidigungswert ohne Defwappen. Ja, das sieht nach Sieg Nummer 54 aus. Jetzt kriegt der Verteidigungswappen, die ihm nichts mehr bringen. Dafür habe ich aber keine von denen. Ich brauche Herr Bando noch zwei. Also, da habe ich sie. Passt schon. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh, er ist weg. Wappen neun. Kuribu! Darf auch mal angreifen. Zack. Kuribu darf auch mal. Danke für den Menschenforserkäfer. Hat sich so drüber geärgert, dass er ihn nicht dimensionieren konnte, dass er ihn mir gegeben hat. Ah. Mann, nur gegen ein neues Gesicht. Panik, dich haben wir jetzt schon das dritte... Begegnen wir jetzt schon das dritte Mal. Glaube ich. Kann wir ihn das letzte Mal nicht zweimal... Nee, Para haben wir zweimal getroffen. Panik, nur einmal. Entsteht von dich der Finsternis, umgebener Mann. Da seine Monster im Dunkeln lauern, sind sie kaum zu besiegen. Wenn sie lauern. Bäh. Ich lebe mit der Finsternis. Soll ich die Finsternis auf meiner Seite steht, ist dein Sieg unmöglich. Du kennst Angst und Verzweiflung. Das werden wir gleich sehen. Nein. Äh, eins weiter. So. Mal sehen, wie viele Turniere das werden. Das war doch jetzt der ziemlich flotter Start. Nur Wappen. Ei. Nur dreimal dasselbe Wappen. Ja gut, ich habe auch nur zweimal das Magie-Wappen da gewürfelt. Hm. Oha. Was ist es? Das Schloss der Finsternis. Alles klar. Schloss der trügerischen Absichten. Entschuldigung. Ich habe den falschen Namen benutzt. Zweimal Kuribu, bitte. Wenn es geht. Er erhöht die Chance. Dankeschön. Da siehst du. Zweimal Kuribu. Okay. Level 2. Level 2. Schon wieder. Nur Wappen. Okay. Jetzt habe ich halt leider nur noch ein Kuribu. Passt schon. Den oder den Pilzmann, please. Ist auch nicht. Schade. Level 3. Bist du dir da sicher? Ja. 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 Damit ist er hier drüben schon abgeschnitten, weil er kann da nicht mehr durchbauen. Ei, ei, ei. So wird das nix, mein Freund. Ich glaube, ich baue ihn ein. Ja. Ich baue ihn ein. Ich brauche eher noch mehr Bewegungswappen, also werde ich hier drüben. Ja. Ich werde ihn einbauen. Einen kriegt er vielleicht noch unter, wenn er jetzt Glück hat. Nein, hat er nicht. Okay. Zeit für Mr. Horseman. Ach, Horsi. Hat was schüchtern. Jetzt kommt er natürlich noch. Aber ich kriege es trotzdem da drüben zu. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Du kannst das da drüben nicht aufhalten. Mosman, warum bist du so schüchtern? Lass dich doch von dem Schloss da nicht einschüchtern. Joa, schön. Oh nein, das habe ich übersehen. Das passt. Ich habe da an die Form nicht gedacht. Ich bleibe dabei. Ich werde ihn links einbauen. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, du Schöne. Nee, damit lege ich mich nicht an. 27 Verteidigungswappen. 28 Verteidigungswappen. Okay, ich mache mir da drüben aber noch keine Sorgen. Okay. Ja gut, dann muss Kuribu das regeln. Wenn du keinen Bock hast. Wenn du nicht magst. Dann mach das Kuribu. Jetzt kommt er. Meine Güte. Dem ich jetzt damit gedroht habe, dass Kuribu den Job macht. Ja. Der Dokuro, ist der ein Zombie oder ein Krieger? Äh, der ist ein Zombie. Okay. Der hat 20. Das kann ich nicht überbieten. Ja, gut. Aber im Zweifelsfall habe ich jetzt Reserve. Und ich habe ihn dann links abgeschnitten. Warum nimmt er sein Dokuro nicht eins rüber und hatte er nicht eine Angriffswappen? Nicht ein einziges? Warum hat er mein Kuribu damit nicht beseitigt? Na gut. Er hätte mein Kuribu da wegmachen können. Dann hätte es ein bisschen länger gedauert. Aber gut. Damien Draco. Also dein Gesicht habe ich schon gesehen. Aber ich glaube... Ne, ich glaube, gegen dich haben wir doch noch nicht gespielt. Yugi's Glaskammerad. Er brach das Siegel, das die mystischen Kräfte der... legendären Dragon Card verschloss. Meinst du wirklich, dass du mich schlagen kannst? Und ich? Das. Dass ich verliere, ist so unwahrscheinlich wie ein Cola-Automat in der Wüste. Die KI ist sehr merkwürdig hier. Aber manchmal hat die ein Glück. Erste Runde, Stufe 3. Okay. Manchmal hat die ein Glück. Ich werde jetzt mal in die andere Richtung gehen. Und zuerst rechts zu machen. Weil eigentlich macht es Sinn... Merke ich gerade... Eher rechts möglichst viel Raum zu sichern. Also zuerst rechts zu zu machen. Schon wieder Level 3. What the fuck? Nicht, dass mich die Kiste interessieren würde, was da drin ist. Können ja Fallen runter sein, deswegen rühre ich die nicht an. Ah, die ausweist ein bisschen. Ja, ich brauche den Beberkrieger noch. Ja, gut. Brauche den noch verwappen. Aber er hält alles nah beieinander. Das ist sein Fehler. Zwei Kuribu, bitte. Ja, so. Dankeschön. Raum gesichert. Danach da drüben... ...muss ich noch ein Feld rüber bekommen. Sonst geht das nicht. Ja, da habe ich da drüben zugemacht. Jetzt kommst du da nicht mehr weiter. Aquamador ist eine gute Karte. Wurde ich auch eine Zeit lang gerne im Deck gehabt. Ah, einen Pinguin brauche ich eigentlich noch. Ah, das ist schwierig. Einen Beberkrieger kann ich abgeben. Einen. Aber nur. Oder doch den Kuribu. Ne, ich gebe einen Beber. Ich habe aber einen Beber weg. Wie mache ich das am besten? Nach oben muss ich auch immer noch. Uh, sehr blöd. Damit kann ich anschließen. Aber dann ist halt noch der ganze Weg. Aber mir fehlt hier drüben ein Feld. Gleich wird aber auch er dran bauen. Schauen wir mal. Er hat die Gelegenheit dazu. Oh. Der große Onkel vom kleinen Drachen. Okay, er will sich da drüben rausbauen. Danke fürs Connecten. Bitte, Kuribu. Ja, ich gebe meine Deathwappens dafür auf. Nixis. Du bleibst auf deiner Seite. So. Jetzt habe ich ihn eingebaut. Uah. Ne, die Ohrdrache. Ist der, glaube ich. Ja. Den Namen habe ich noch richtig. Ich habe keine Deathwappen. Keine Deathwappen. Also kannst du da gerne. Der war eh eigentlich nur für den Weg. Also. Ich brauche langsam Wappen. Eine Beschwörung. Können die vielleicht noch reinquetschen. Und meinen Pferdemann damit eins näher ranrücken. Also ein bisschen näher ranrücken. Da müsste ich nicht so weit laufen. Level 4. What? Wow. Die zu dimensionieren, das ist wirklich das schwächste, äh die kleinste Chance überhaupt. Ich nehme die in die rein. Noch ein paar Wappen habe ich damit jetzt schon mal. Hat der denn ein Level 4 rausbekommen? Wow. Geil. Ohne Angriffswappen wird er mir noch nicht gefährlich. So, ich komme auch noch nicht nah genug ran. Ne, doch so käme ich ran. Genau, zwei Felder. So. Aber wenn der Angriffswappen würfelt, hat mein Pferdemann schnell ein Problem. Hei. Ich hätte es nicht jinxen sollen. Warum muss ich solche Sachen da auch immer laut aussprechen? Warum muss ich das auch immer laut sagen? Ja. What? Magier gegen Biest? Magier man gehen. Stimmt ein Teil der Programmierung nicht. Oder habe ich das Fretchen im Kopf? Hä? Wir sind Magier. Magier sind gut gegen Zombies. Zombies fressen Bestien. Bestien töten Krieger. Krieger töten Drachen. Und Drachen fressen Magier. So habe ich mir das gemerkt. Habe ich mir was Falsches gemerkt? Oder ist im Emulator was anders programmiert? Halleluft. Wenn du mich dermaßen verwirren willst. Challenge accepted. Ich gewinne trotzdem. Der macht eh drei Angriff. Dann bringt es eh nichts. Ich muss irgendwo mal gucken, wo die Anleitung ist. Kann ich nochmal nachgucken. Es müsste in der Anleitung, äh, in der Spieleschachtel bestanden haben. Jetzt habe ich halt nicht wirklich da hinten was. Aber gefährlich werden kann eigentlich gerade nur der. Er hat keine Fliegerangreifer. Ja gut, die beiden Meteor-Drachen. Wenn er die vorziehen würde, dann bekäme ich ein Problem da vorne. Aber solange er mit denen nicht vorrückt. Ich gehe weiter Wappen sammeln. Sehr schön. Ich brauche Wappen, sonst wird das nix. Mit dem Babydrachen durchziehen. Oh, Petit. Er hört den Angriff aller Drachen. Danke. Das betrifft nämlich auch meine. Warum steht da, dass der Angriffsbonus hat? Das ist ein Drache. Der hat doch den Bonus gegen Maria. Ja. Und dann. Ja. Und dann. Und dann. Ich bleib dabei. Vielleicht bewegt er noch irgendwas anderes und verschwendet ein paar Bewegungswappen. Weil sonst hab ich ein Problem mit dem einen Meteor-Dreuchern da drüben sonst. Ne, er wagt es nicht. Verbau mir da nicht den Platz. Nein, den wollte ich nutzen. Hallo Kumori. Ach verdammt, den wollte ich bei einer anderen Gelegenheit da noch nutzen. Jetzt hat er ihn verbaut. Jetzt hat er ihn verbaut. Ja, ich würfel Level 3. Ich versuche... ...einen Flieger näher heranzubringen. Komm, verschwende Bewegungswappen, please. Will er nicht machen. Solange ich ihn nicht bedrohe, will er das nicht machen. Ah. Ist gut. Äh, hör auf dir die Statistiken von all deinen Monstern anzusehen. Lass mich wieder. Das sind nicht, äh, die, die ich haben wollte. Hm. Ne, der, der braucht jetzt ein bisschen länger. Sorry. Ich hoffe, ich schaffe danach noch ein Turnier. Aber der hält mich jetzt ein bisschen auf. Da muss ich doch noch mal auf Level 1 runtergehen. Ich hab noch genug Level 1er. Es wird halt keiner von denen lange überleben, ne? Das ist es. Das ist es. Okay, das ist weiter weg. Naja, das ist auch unmünstig. Andersrum? Hey, Moment, äh. So rum? Ja, das Kürzeste ist wirklich mit zwei Schritten. Mehr kriege ich da nicht hin. Ich werde es tun. Voll. Dann kann ich mich nur noch eins bewegen. Aber hey, ich kann ihn vielleicht dazu bringen, irgendwas zu bewegen. Und seine Wappen zu verschwenden. Alter! Gib mir aber was ab davon. Der will keinerlei Bewegungswappen verschwenden. Allergut. Was will er denn machen? Will er mit dem durchziehen? Der braucht aber eine Menge Wappen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Der kann an dem da auch nicht einfach vorbeiziehen. Der muss den vorher töten. Den anderen kleinen Drachen. Von mir. Kann ich einfach an dem vorbeiziehen. Oh ja, der war gut. Aber damit komme ich nur fünf Felder weit. Wie viel brauche ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf. Ich brauche vierundzwanzig Wappen. Wenn ich die zusammen habe, bevor er genug hat, um an meinen Babydrachen ranzugehen, habe ich gewonnen. Vierundzwanzig Wappen. Es ist gut möglich, dass die KI vielleicht an den Meteordrachen spekuliert. Mit dem dann durchzuziehen und den Babydrachen zu töten. Ja, würfel keine Bewegungswappen. Aber hast du nicht vielleicht genug, um das... Hat er nicht schon genug? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Er könnte ihn töten. Warum macht er es nicht? Er hat genug Bewegungswappen, um meinen kleinen Drachen auszuschalten. Also komm, das ist dein geschenkter Sieg, wenn er sich da nicht wirklich wehrt. Der Meteordrache kann ja doch locker fertig machen. Der andere kommt bestimmt auch dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, der kommt doch locker dran. Warum macht er es nicht? Der hat 40 Angriffspunkte. Der sogar 50. Gegen einen anderen Spieler würde ich jetzt verlieren. Aber der hat irgendwie so nicht die Motivation, mich platt zu machen. Ach komm, zwei noch. Für mich, nicht für dich. Heute noch. Aua. Das war der Tisch. Yes. So. Babydrache. Finish. Meine Güte. Okay. Okay. Ja, her mit einem gesichtslosen Magier. Dankeschön. Meine Güte. Was war das denn gerade? Da sehe ich, verliere es so unwahrscheinlich wie der Kohleautobad der Wüste. Alles klar. Ich gehe jetzt, ich fliege jetzt nächste Woche nach Afrika und suche dann mal den Kohleautomaten in der Sahara. Ich werde garantiert einen finden, weil der hat verloren. Ich gehe jetzt nachdem. Dankeschön. probably has updates. Ich gebe jetzt immer noch den Toten. Ich spreche dir dir einen Vertreter zu, Setting, healthcare und ich sage dir doch nicht so unwahrscheinlich, ich gebe dir, dass ich jetzt ein bisschen unterwegs bin. Ich sage dir was ich sagte, weil das ist eigentlich eine große Wüste. Ich sage dir, was ich jetzt mal das Video, schreibe ich damit. Ich gebe dir also. Aber das ist sicher, wenn du Dirigst. Ich sage dir das Video, aber das war ganz schön. Vielen Dank.